Ja, aber irgendwas ist hier anders. Normal schaden die Verbindete aus. Okay. 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 Und das neu. Jetzt wird es interessant auf der Oberfläche. Was ist das hier? Ja, jetzt habe ich interessante Gegner. jetzt wäre es schwieriger teilweise war es einfach so ich muss aber da hoch ja 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 und weg daneben und weg okay ich komme mir nicht da oben drauf okay ich glaube ich muss mal komplett zurück ich will auf jeden fall jetzt da oben hin fertig hier ist auch einfach gar nichts einfach nur so eine hohe genieche soo soo da oben muss ich hin das ist ja easy wo bin ich nicht direkt hinangegangen soo 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 und weitere Den habe ich da schon... Ja, das waren wir alle. Gehe, theoretisch direkt das nächste anklickern. Was ist der hier? Wie ziehen eure Leute eigentlich Hemden an, eiserner Bulle? Gar nicht. Wo wir herkommen, ist es ziemlich heiß. Aber ich kann in alles schlüpfen, was einen losen Kragen hat. Der ist behutsam mit dem einen Horn. Und der Rest geht dann wie von selbst. Wir sagen es durch jemanden, der bei irgendwas überrascht wird, der mit Stoff am Horn tanzt. Sehr anschaulich. Ich bin gar nicht da lang. Er ist hier. Okay. Ich komme kurz hier so lang. Aber da weiter ich auch noch nicht. Der nächste bitte. Der ist erst mal tief gefallen, würde ich mal sagen. The next one please, sagt er. Hier ist eigentlich auch direkt was. Komm ich hier rum. Da hin. Ah. Ah. Moment. Plünder. Gehen wir mal hier mal hoch. Wenn das noch mal so was. So kommen wir gleich direkt hin. Und runter. Und runter. Dann. Ja. Und runter. Auf. Ja. Ja. Oh wow. Oh, ein Eisscheißer ist das hier. Haben wir den weg, okay. Oh, haben wir schon, okay, cool. Ich hoffe, er hat sich also unsere Heiltränke schon aufgebaut, ey. Der Bobo. Ne, nur einen. Schade. Okay, haben wir aber auch fertig. Viel gut. Das ist immer ein bisschen litiert, der Arme. Ah, scheiße, warte schon. Das könnte gut sein, ja. Stratus. Oh, eine Eisscheibe. Ist das da voll direkt auch eine? Ne, das ist glaube ich nur so ein Stein, ne? Schade. Okay, da ist so eine Höhle, ja. Das Gefühl in der Höhle geht das ab. Das könnte die Höhle sein mit den Spinnen. Oh. 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 Oh, oh. Ich muss nur kurz um sich verwirren. Boah scheiße. Ich muss nur kurz in den Flüschpinnen. Keine Sinn. Moin Spinne. Okay die haben wir. So viel zum Thema Spinnen. Ja. Du darfst ruhig blinden wenn du willst. Aber nur eventuell. Okay Spinnsecret brauche ich wofür irgendein Scheiße. Neue Schwere Rüstung. Ich glaube nicht dass der Jude Bulle die tragen kann. Oh doch. Die ist um einiges besser. Die Not das billige Jägerharnisch. Das ist nur Magier, das ist nur Krieger. Schade. Irgendwann. Schlüssel zu Parasöl erforderlich. Den finde ich wo? Da ist auf jeden Fall der Ehring Kriege ich den scheiß Schlüssel? Ja Wo? Wie geht das denn? Hä? Wie funktioniert das denn? Auch seltsam Ich bin hier erstmal durch Also tiefen Pilze ist mir egal Ich will... Scheiße, ich bin nur umplünder, wenn ich ehrlich bin Naja... Dann halt nicht Dann halt nicht Ich muss da hin Ich muss da hin Wenn das schon auf dem Weg ist Hier war ich schon mal Ich muss da hinten hin Dann komme ich da rauf Hm.. Na ja, schon, aber was war mit dieser frechen Schleife an ihrer Schürze? Diese Verheißung, sie in einem langsamen Zug zu öffnen. Ihr müsst doch die Kleinigkeiten sehen, um die gesamte Person zu erkennen, Sarah. Hinter diesen Titten steckt auch eine Frau. Ja, weiter hinter. Was ist denn mit diesen Menschen? Oh ja, muss ja klar tun, dass es auch immer sind. Okay, ich kann da runter... war ich hier schon mal? Das ist vielleicht eher was für mich. Was brauchst du denn? Nee, ist ja schon kaputt. Aber ich kann... versuche nochmal anzumachen. Cool, kaputt. Einmal die Luft getreten, hört sich gut an. So, okay, da oben ist auf jeden Fall diese eine Tempel, da kann man ja schon mal reingucken. Der wird auch krass, glaube ich. Also da sind ein paar krasse Sachen auf jeden Fall mit drin. Noch mehr dämliche Schlüssel für dieses dämliche Schloss, das ich locker geknackt hätte, wenn da nicht dieser dämliche Magier wäre. Eröffnen sie dir Macht von sechs Scherben. Das geht doch schnell, oder? Irgendwas fühlt sich hier falsch an. An der Tür ist es schlimmer. Das Gefühl am Eingang. Jetzt ist es weg. Ich glaube, das war irgendein Schutzzauber. Eine Warnung vielleicht. Oder eine Prüfung. Das erklärt, warum sich die Bergleute von hier fern gehalten haben. Ich glaube, ich muss erst mal oben, oder? Moment, oben ist doch gar nichts. Nee... Nee, hier war gar nichts. Doch, hier war eine weitere Tür. Die geht aber noch gar nicht auf, okay. Mal gucken, wie viele Scherben ich brauche für die nächste Tür. Wir brauchen ein unheiliges Licht, hätte ich fast gesagt. Erstmal machen wir den. Gut. Das dürfte helfen, den Schleier zu stärken. Solis... Boah, ich mag diese Helmkacke aus. Ähm... Das neff ich gerade. Äh, das war hier, ne? Ja, ne? Ich habe gerade den Gefeinde gewährend, die nur ganz kurz tauchen knien. Knien der Militärin der Person auf. Die sind... Achso... Hä? Ich dachte, jetzt gibt es Dings hier. Eine Rune. So... Wie viele? Geht auf! Hier ist es wirklich wild. Glaub ich. Ich sehe da schon Feinde. Den hat sofort zerrissen. Haben die keine Lust. Wir haben uns kein Stück bewegt. Die Lollipops. Ja, erstmal... In Ordnung. Fragezeichen. Geht auf! Ingess.... Geht auf! Geht click zu. Geht auf! Geht auf! Nicht meine Güter! Seh mal. Ich bin kein des Motions. Ich bin kein will. Ich bin ein. Ich bin ein primär... Wenn wir uns alles rausnehmen, ne, oder? Ja. Wenn das keine Falle war, was war es dann? Vielleicht eine Belohnung für jene, die sich als würdig erweisten. Das glaube ich nicht. Nein, doch glaube ich schon. Haltet das schon? Ja. Okay, ja, ich gehe da nicht weiter. Ich mache erstmal den nächsten, aber ich glaube, das kann ich noch nicht öffnen. Geht doch auf. Jetzt kann ich hier die Tür schon öffnen. Ah. Jetzt kann ich erstmal keine Tür mehr öffnen. Ach ja. So. So. Da, woher? Doch. Okay. So. 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 Dann chill. Tschüss nicht. So. Hey hey hey. Oh. Hell höch. followers. Okay. WSCHVCÄlei. das ist ein typ hat er gerade direkt zwei drecke getrunken hier machen wir nicht leer hier jetzt weiß ich warum er direkt zwei drecke getrunken hat es ging das war es aber erst mal und da ist noch eine türe es so laufe ich eben gelaufen will nicht dass ich wieder direkt in den dings rein laufen wir brauchen mehr scherben genau genau das der war doch gerade feinde Look out. Hm. Hä? 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 Ist denn weg? Okay. Ich könnte runter springen, das war auch falsch. Ah, tut mir weh.